Auf der Arbeit sagen sie jetzt alle Katharina zu mir. Katharina, nicht mehr Kathi. Wieso denn das? Ich bin ja gesagt, mir gefällt der Name nicht mehr. Das hat mir, glaube ich, nie gefallen. Ist das nicht die andere Spitze da drüben? Andere Spitze? Ja, Andere Spitze. Du hast mir dazu eine Geschichte erzählt. Was für eine Geschichte? Siehst du das auch? Was macht die da? Anderen Helfer! Ich glaube, wir sollten wieder runter. Ich habe kein Handyempfang. Es war nicht so weit. Du hast die Tiere in den셨어요 Denkang gesagt. Vielen Dank.